GMC Caballero, nichts anderes, nur ein bisschen edler wie ein Chevrolet El Camino, also der PKW Pickup. Guter Boden, guter Rahmen, obwohl es ein Ostküstenfahrzeug ist, wurde anscheinend immer gepflegt. Auspuff ist neu, Lichtmaschine auch, da ist er mal aufgesessen, ist der Rahmen ein bisschen verborgen. Überall ein bisschen Flugrostansatz, aber keine Durchrostungen gefunden, Reifen sind alt. Kleines Arbeitstier, eine Hängerkupplung ist auch verbaut, was da unsere Onkels dazu sagen, keine Ahnung. So, ich glaube, es ist ein bisschen verborgen. 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 So, ich glaube, es ist ein bisschen verborgen.